Koutinho, macht er ihn! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus.